Ladies and Gentlemen, Willkommst zu einer weiterer Runde, Maik war von Nelle Provinzen, mit dabei der... Erikan, hallo. Hallo, ich glaube ich muss sich doch noch mal ein bisschen lauter stellen. Mach das. Hab ich, gut. Ähm, ich hab den mal gerade so kurz überfallen und gefragt ob er Bock hat mitzumachen. Hm. Ja, äh, ja, ja. Okay, Konversationen können wir schon mal nicht halten, das ist schon mal super. So, ich werde aber auf jeden Fall jetzt erstmal zurückgehen und die Tränke zu Ende brauen, damit wir dann in Ruhe in den Krieg ziehen können gegen die. Ja, ich hab's schon gehört, ihr seid im Krieg. Bin ich immer gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich sage, äh, ihr kriegt von der Tusch auf die Fresse. Naja, ich weiß, äh, wenn man so nimmt, er spielt zwar öfter, also was das jetzt angeht, so eins, zehn oder eins, zwölf oder sowas mehr. Und kennt sich damit besser aus, was Dränke angeht. Aber Mann ist Deck und ich kennen uns, was Taktik ausgeht, besser aus. Okay, man versteht gerade gar nichts mehr. Ja, man merkt, da eine Leitung ist echt nicht so pralle. Was hast du für eine Internetleitung? Ja gut, das erklärt so einiges. Ich hatte bis vor kurzem noch eine 16K-Leitung, halt aber durch, ähm, Drosselung so runtergestuft, das galt als, offiziell als, ähm, 6K-Leitung. Opa. Ja, geile, wa? Doch so viel. Hm? Doch so viel. Doch so viel. Ja. Geile, wa? Unser Internetanbieter hatte offiziell schon die Leitungen für eine 100K verlegt. Oh. Beziehungsweise bis auf 200K. Weißt du, wann die freigeschaltet werden sollten? Wann? Ende des Jahres. Und die Leitungen lagen es knapp zwei Jahre. Oh. Oh. Da haben wir gesagt, alles klar. Nein. Wechsel. Weil bei uns in der Nähe wurde jetzt noch eine Stadt umgesiedelt. Da haben wir gesagt, okay, kann man verstehen, dass sie noch ein bisschen warten wegen, halt, der Umsiedlung der Stadt halt und so weiter. Aber die ist mittlerweile so gut umgesiedelt, da lebt 90% der Stadt jetzt schon bei uns. Und da habe ich gesagt, dass klar, wenn die jetzt immer noch zu lange warten. Ne. 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 zu dem Freund hin, fängt ihn so auf. Ey, ey Dennis, wach auf. Was ist denn los? Ich wollte auf Toilette gehen. Mein Vater war duschen? Ja. Du hast ihn nackt gesehen? Ja. Musst du noch auf Toilette? Nein. Was ich nämlich nicht wusste, der war Bundespolizist und muss jeden Tag um 6 Uhr auf der Arbeit sein. Beziehungsweise um 6 Uhr losfahren. Okay. Hab ich mir so... Ey, ohne Spaß. Ich hatte dann noch so ne Angst, rauszugehen aufs Klo. Ich denke nur so, 6 Uhr, jetzt hab ich so ausgehen. Oh, wow. Das war ein interessantes Frühstück. Glaub ich. Alter, ohne Spaß. 4,6 Holz reichen sogar nicht. Krass. Alles klar, da muss ich gleich noch ein bisschen Holz holen. So, war das Sohn bisher so schönes gebaut? Du kannst ja gerne mal gucken, wenn ich das natürlich gerne zeigen, was wir so alles schönes gebaut haben. Können wir machen. Ich mach ja grad den Boden noch fertig, dann komm ich mal vorbei. Jo. Aber so Wetzlar-mäßiges oder sowas hast du noch nicht gebaut, ne? Haben wir noch nicht viel, aber das kommt noch alles nach und nach. Okay. Weil wir noch Fallen uns alles brauchen. Oh Gott. Mhm. Also bisher so das Einzige, was ich wirklich mit den Wetzlarm gebaut hatte, war ne Angelfarm. Die haben wir auch. Ich glaub, die hast du uns sogar gebaut. Ach, dann war ich schon mal bei euch. Mhm, ja stimmt. Mit, ähm, mit Money Step? Mhm. Ja, okay. Diese, äh, ich sag jetzt, Bikinger-Festung. Ja, okay. Dann weiß ich, wo ihr seid. Aber ich komm gleich trotzdem mal vorbei, für halt, für Zuschauer und so. Weil, ich glaub, die wollen auch mal was anderes ziehen, als dann aber nur meine Scheißhütte in diesem Projekt. Mhm. Guck mal, oder? Dann komm ich aber mal kurz zurück. Halt das. Das ist aber krass, wie viele, wie am Anfang hier waren in dem Projekt und wie wenig wir mittlerweile nur noch drauf sind, ne? Mhm. Hier von so nem Danny hab ich schon gar nichts mehr gehört. Flying Asian. Na, Flying Asian, der war ja jetzt, ähm, im Urlaub gewesen. Ah, okay. Und der ist aber jetzt auch wieder da. Ja, ich hab's gesehen, aber so richtig online gesehen, hab ich noch nicht. Hm. Dann müssen wir fragen, ob der mit uns in den Krieg zieht. Achso, warte mal. Verstehst du mich jetzt besser? Ja, eigentlich, ne? Gerade ja. Gerade bist du flüssig. So, ne, hier, was ich sagen wollte, ist, er wird uns nicht wirklich zerstören. Man ist, Sepp, und ich, durch Bettort, statt, und, soll ich's kaputt machen? Gerade fängt's wieder an. Hey. Okay, ich merk schon, das gibt's heute keinen mehr. Bist du noch da? Ja. Ah, jetzt verste ich wieder was besser. Wow. Also, ich glaube, so einfach werden die uns nicht zerstören können. Ja gut, wenn man sowas, ja, tagelang, jahrelang spielt und übt, ne? Wow. Wenn sie anfangen zu spammen, oder sonst was, Glöcke können wir schnell platzieren, oder so. Ja gut, ich schätze mal, da habt ihr ja schon mal einen Vorteil, aber ich glaube, vom Basiswissen der von Minecraft haben die auch einen guten Vorteil. Da schon, also die, die spielen oft Kränke, das weiß ich, ich hab mich da schon ein bisschen umgeauscht. Und was ich weiß ist, die haben einen OP-Apfel. Oh. Soweit ich weiß. Ja gut, ich hörts mal vom OP-Apfel bin ich auch ziemlich weit weg, also ich hab's ja gar keinen gefunden. Vorbei man ziemlich effekt hat, kann man nicht sagen, es ist ja wirklich lackabhängig. So kann ich immer auf jedem Mob my one hit mit Bogen. Vor allem was geile war, einmal als ich hier geschotterte wegen dem Haus, ich wollte so ziemlich jede Holzart einmal verbauen. War ich ja auf der Suche nach einem Dschungelbiom, ne? Ich so am suchen, am suchen, am suchen, finde nix. Irgendwann so gefühlt 10.000 Blöcke entfernt, ich finde eins. Irgendwann später, ich geh mal hinter meinem Haus ein paar Blümchen pflücken, auf einmal finde ich hinter meinem Haus ein Dschungelbiom. Wir haben bei uns erinnern, ne, viele, also einige. Ja, mittlerweile habe ich jetzt alle Holzarten, ich kann mir sogar relativ einfach jetzt Ortsilots holen. Was willst du, du spinne, von hier weg? Du hast ja hier diese freie Fläche gesehen, zwischen meinen beiden Räumen hier, ne? Ja. Ich schätze mal, darf ich so einen ganzen Bereich machen, für meine Haustiere, für Papageien, Katzen, Hunde und für mein Name. Aber was wir machen können, sind Unmengen an Goldäpfeln. Wir haben mehr als, wir haben knapp zwei Stacks Goldblöcke. Ja gut. Also ich war farm den einen Tag, ich habe Unmengen an Erz, äh, an Erzweck, wir haben schon wirklich ungelogen, scheiße viel Eisenblöcke, Goldblöcke, Diablöcke, Smaragdblöcke und alles so und so. Also wir könnten uns mit Eisenblöcken so gesehen den Arsch abwischen. Mhm. Halt je nachdem, ähm, die Smaragdblöcke. Braucht ihr die großartig, oder? Na, eigentlich, wenn wir irgendwie mit Villagern oder so handeln, zwecks jetzt wegen Mending oder sonstiges. Eigentlich deswegen. Pass auf, ich habe ja die angefangen, die benutze ich auch relativ häufig. Wenn ich da Mendingbücher rausbekomme und die ich euch gebe, mag ich dann ab und zu mal ein paar Smaragd zu geben, weil ich habe ja vor, nochmal alle vier Leuchtfeuer aufzubauen. Ja, ja, klar. Generell muss ich dafür auch nochmal ordentlich farben gehen, ich schätze mal, das werde ich auch in Streams machen. Dann haben wir ganz ungerollt angerufen. Jojo. Gut, dann kann ich hier alleine weiter plaudern. So, ich hoffe, das wird hier, das Holz, finde ich, passt sogar super dazu, einfach wegen diesem dunklen Boden. So. Generell werde ich dann schauen, vielleicht oben werde ich auf jeden Fall noch eine Etage reinhauen, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das am Ende aussehen wird. Ich habe aber gerade die Befürchtung, dass ich noch ein bisschen Holz farmen muss. Kann knapp werden, kann knapp werden. Das könnte klappen. Ich bin auch immer noch am überlegen, was ich als Dach nehmen soll hierfür. Ich weiß nicht, Heibern. Ja, komm, du. Du kannst mal schön weggehen. Oh, Anerman. Da bist du. Komm ran, Junge. Jawoll. Schon wieder nur eine Looting-3 bringt den Haufen Scheiß gerade. So. Jetzt aber hier weiter. Die Schoffel ist sogar relativ egal, wenn sie kaputt geht. Da ist noch gar kein Mending drauf und so weiter. Generell, was ich noch machen muss, ist mir eine Silkschlech-Spitzhacke. Die muss ich noch kriegen. Eine normale Efficiency zum Abbauen. Axt und Schaufel auf Mending. Dann habe ich schon mal Werkzeug fertig. Schere würde ich sogar sein lassen oder Feldhacke. Und dann nochmal gucken wegen halt der Rüstung. Die würde ich dir als nächstes angehen. Aber wie gesagt, das Farmen werde ich dann wahrscheinlich off-skillen oder in Streams machen. muss ich aber mal genau schauen. Vielleicht kriege ich ja nochmal den Crazy oder so dazu oder einen Street, der mit mir fahren geht. Und das Holzrecht doch sehr schön. Ich hatte schon das Gröbste befürchtet. So, hier muss einer hin. Hier. Hier. Jetzt scheint diese ausgeleuchtet zu sein. So, dann machen wir hier und hier. Hier und hier. Blub. Na? So, 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 so und so. Und so. Ok, dann werden wir schon mal hier, wie das dann aussehen soll. Sehr schön. Jo. Und dann würde ich sogar sagen, machen wir hier das dicht. Ja. Ja, komm. Machen wir schon mal so. Hier was hoch. Alter. Was hier neulis drauf geht. So, jetzt muss ich mal ganz, ganz kurz ich bitte zum Entzuldigen. so, ach, ich bin mir da am Stoßen. Sehr schön. Jo. Gut. Also, mein Lagern nimmt langsam Gestalt an. Und ich hab halt auch schon Gefühl, dass ich noch das größte Lager habe im Projekt. Ach so. Problem ist halt echt, ich bin also so der typische Mod-Pack-Spieler. Hab ich ja glaub schon mal erzählt, ne? Hm. Mann, ich bin nicht so vom Typ her Bigger-Go-Home, also immer groß, größer, am größten. Ho. So. Okay, mit der Ansage befinden wir uns bei dem jetzt im Krieg. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Mhm. Das warte ich nur noch, dass die anderen kommen. Ich meine, die haben die Hunde von Moneystep getötet. Das waren mehr als 30 Stück, glaub ich, oder so. Also, das war ne richtige Hunde, Armada. Also, der hat richtig lange dafür gebraucht. Und ist jetzt auch gerade übelst pissig. Das kann ich nachvollziehen. So, jetzt frage ich mal kurz mein Holzwerk und wird dann noch kurz bei dir vor... Oder? Ja, die Folge ist gleich vorbei. Ja, komm, das kann man mal kurz machen. Ist das sehr weit weg? Ne, wir haben noch Teleporter. Ah, stimmt, da war ja was. Komm, das pack ich dann mal gerade hier rein. Ich bin direkt auf dem Marktplatz. Ich bin aber gerade noch unsichtbar, weil ich gerade noch... Ja, unsichtbar, es bringt nichts mehr, ne? Wieso, siehst du immer noch was, oder was? Oh, du siehst den Namen noch. So, wo bist du am Marktplatz? Am Marktplatz, hier, ich hüpfe einfach gerade hier rum. Warte, da. Bleib stehen, bleib stehen. Ah, da, ja. Man sieht immer noch den... Man sieht den Namen und den Schleier. Oh, wow. Das findet ihr echt immer noch bad. Naja, Gott. Trotzdem fühlt man sich damit krasser. Naja. Ja, ich hab die gerade angelassen. Warum machst du den Knopf? Ja, ich weiß. Okay. So. Oh. Dann finde ich sie cool aus. Also, das ist halt für die Landebahn, für die... Ähm, das ist vom... Die Mann ist ab, das Haus, der ist aber noch nicht fertig. Sieht nicht schlecht aus. Das ist mein Haus. So weit, mit zwei Etagen halt. Ja, oben ist dann halt das Bett. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Ja. Oh, immer tschüss. Dann haben wir halt hier die ganzen Türme, da kommen aber noch einige hin. Also das Gebiet wird halt noch größer. Wir werden das noch, also noch mehr vergrößern. Äh, hier haben wir halt die Fährte von Moneystep. Hier ist dann halt das... Oh, da hat's grad bei mir Hamart geruckelt. Hier haben wir halt... Sag schon, da ist... Naja, Hauptgebäude, wenn man's so nimmt. Nein. Einmal nicht. Und... Jetzt halt... Genau, mit... Voll mit in die Aufnahme reingeplatzt. Ja. Oh, ich hab das ja... Schalkboxen? Hm, haben wir noch. Müssen wir aber noch ein paar machen. Auf jeden Fall haben wir hier halt... Oben dann waren als erstes die Schlafzimmer gewesen. Moment, Moment. Wo bist du? Also da. Hier oben waren als erstes die Schlafzimmer gewesen. Also einige nur vorübergehend. Und bis wir dann unsere eigenen Häuser halt gebaut haben. Und dann geht's halt... Hier runter. Einmal... Eine kleine Kuhform. Eine kleine Zuckerrohrform. Ne, Kakteenform mittlerweile. Ah, hier, schön mit Pisten und so weiter. Dann... Zähl mal runter. Die funktioniert aber nicht ganz, ne? Hm, die funktioniert nicht ganz. Ich hab die aber nicht gemacht. Was machen wir gewesen sein, glaube ich. Hey, was hab ich? Die... 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 Die Dingsform. Kacken. Kackenform. Die muss ich nach. Die muss ich nach. Hier haben wir... Oh. Ne, da. Das find ich ne coole Idee. So wollte ich das eigentlich auch bei mir aufbauen. Mit der Lava? Hm. Hm. Dann haben wir hier drüben die... So eine kleine Hunde nach oben. Und... Dann noch... Engst. Und... Was haben wir hier? So eine kleine Pilzform dann noch drin. Also eine ganz kleine halt. Also... Und... Hier haben wir halt... Erstmal vorüber gehen das Kistenlager... Äh... Kistenlager und... Geldzuckeroberform. Das war's dann. Das war's dann. Das war's dann. Ja, das kenn ich noch. Hahahaha. Aua. Jo. So. Dann geht's hier halt nochmal raus. Und hier rüber geht's dann halt... Zu unserem... Also rechts dann... Unserem Feld dann, was wir haben. Äh... Gerade uns runter? Ja. Nee, hier. Nee, 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 hier hin. Ah, hier. Hhm. Ja, wo der alter unter Feld. Ein bisschen. Und... Und... Dann geht's halt hier runter. Also eigentlich sollte hier vorne noch mal ne Mauer hin, dass das halt trennt wird als Unter... Dorf und Oberl are halt. Dann... War hier hinten eigentlich vom Money Step, also der da irgendwo steht, die Hundearmee drinnen. Boah. Wie du siehst, alles leer. Deswegen stehen wir jetzt endgültig im Krieg mit denen. Ist das ein Safe, dass die das waren? Wie bitte? Ist das ein Safe, dass die das hier der Tusch und so weiter waren? Ja, das ist einmal aus dem Grund, daher ich da bei ihnen so ein Schild dran gemacht hatte. Und sie daraufhin, also er mich daraufhin angeschrieben hatte und gefragt hatte, ja, was ich für ein Tribut fordere. Und jetzt ging das so ein bisschen hin und her und deswegen, ja, wird das lustig werden. Ich habe nichts gemacht und das waren meine Wölfe. Ich wüsste nicht, wie lange ich an denen... Ja, wenn das Ganze da gefüllt war mit den Wölfern, kann ich das nachvollziehen. Da werde ich auch angepisst. Und ich muss einfach bedingen, in manchen Wölfe, dass die sich verpaaren, habe ich manchmal ein Slack-Chicken oder so reingestärkt. Könnte ich nachvollziehen. Ja, und das war es dann halt mit... Ist aber halt noch lange nicht fertig. Ihr hättet ja auch mal zwei Hunde, die irgendwann verschwunden sind, oder? Mhm. Es waren sowieso draußen noch, zumindest welche von Derrick kennen, aber nicht mehr die sind hier mehr da. Ja, zwei Hunde, die draußen waren, das war ganz am Anfang. War es bei ja nicht, die haben hier einfach reingegraben. Das war glaube ich so in Folge 2 oder so. Ich glaube... Die hier standen draußen überall irgendwo Hunde, von Derrick kennen. Meine waren alles gut unten. Mh, mh. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war einer sogar hier? Alles klar. Okay, das geht gerade gar nicht klar. Nerd kaputt, das Mikro. Ja, hört man. Oh, das war's dann jetzt von uns. Achso, ähm, übrigens... Mh, nee, ich hab jetzt... Also hier war's. Ich meine, aber hier war auch noch einer. Was ich auch ab und zu so ein bisschen krass finde, ich weiß nicht, was ich aber unfair finden würde, wäre von, ähm... Ähm, ähm, Dildosh, finden die, die fliegen ja hier meistens mit ihrem Spectator-Mode rum. Ja. Um dort bei Sicht oder was zu zeigen, oder so. Was ich unfair finde, ist, wenn die das ausnutzen würden, um bei uns jetzt hier die geheimen Kiste und so herauszufinden. Ja, gut. Das würde ich dann asozial finden. Also ich weiß halt von crazy, dass er ab und zu mal hier, ähm, Spectator-Mode rumfliegt, um generelle Leckquellen zu finden. Das weiß ich aber, mehr weiß ich auch nicht. Gut, das würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Danke, dass ihr dabei warst, oder ihr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.